Heute erschien Hitman 3 und viele, die sich die PS5-Version gekauft hatten, fragten sich, wie kann ich das denn nun auf meiner VR-Brille spielen? Das ist ganz einfach, ihr geht einfach auf euer Spiel, dort unten neben dem Button Spielen, rechts daneben sind drei Punkte, da klickt ihr rauf und dann öffnet sich der Punkt, dass ihr es für die PS4 downloaden könnt. Das tut ihr dann nochmal, dann bekommt ihr die PS4-Version, die ist kostenlos dabei und mit dieser könnt ihr dann Hitman mit eurer VR-Brille spielen. Vergesst nicht euren PS4-Controller noch mit der PS5 zu verbinden und dann könnt ihr loslegen. Bis zum nächsten Mal. Hãy�.